Teuer, teuer, teuer. Sein Mate ist auf mich geflogen. Warte, warte. Ich schick ihn dir zu. Ja, schick ihn mir! Jaaaahhhh! Boom! Ey, wunderschön, ich hab's am Norden. Sein Mate springt in mein Cyclone mit rein. Out of Thunk, alle... Verzeiht, bevor ihr reingeht, darf ich ganz kurz nur... Herr Magier, schön, dass ihr wieder da seid, aber ich wollte nur... Seid gegrüßt, oh, die Tür schließt sich auf magische Weise, oh. Er war schon immer ein... Wir unterbrechen das Bestauf ganz kurz für eine kleine Vorstellung von Goddess of Victory Nikkei, das Sci-Fi-RPG-Shooter-Spiel, welches auch ein Gacha-Game ist, ist mittlerweile auch in Deutschland verfügbar. Es hatte einen sehr erfolgreichen globalen Release mit über 3 Millionen Vorregistrierungen, hat es die Charts wirklich gestürmt, was sehr wahrscheinlich auch an dem Waifu-Material liegt. Es richtet sich sehr, sehr wahrscheinlich eher an unsere Anime-Fans. Es hat eine schicke Grafik, es hat ein sehr unikes Gameplay aufgrund des Shooter-Aspektes und natürlich auch Rätsel und Roguelike-Elemente sind mit verbaut. Wenn das Spiel was für euch ist, checkt gerne den QR-Code oder den Link unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze auch als Free-to-Play-Spieler genießen, deswegen macht das, wenn es etwas für euch sein sollte und viel Spaß! Ich werde jede Runde verloren, holy shit. Das ist ja mal Höchststrafe. Einfach nur rumrennen. Ja, ich wurde... Wenn du das gesehen hättest. Ja, also ich muss mich tupen, glaube ich. Ich bin ja genau durch die Mitte gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Nein, knapp. Warte. Nein, ich pieg mir ins Auge. Lauf einmal weiter, lauf straight dahin. Ja, genau. Nee, er fängt mich gerade ab. Komm mal. Wir wissen nicht, ob er nötet, ne? Ich bin da! Oh, jawollt! Jawoll! Papo ist tot. Papo ist tot. Hast du gesehen, wie ich da durchs Fenster ge-eatet kam? Ja. Und nochmal. Ja! Benni TV, hä? Wer bist du, Junge? Benni, wer bist du? Das war aber ne geile Kombo. Dieser Dropkick-Storminger aus. Und sein Typ da, der hat ja den Devil in Auto-Aim. Also wirklich, der ist... Benni, Benni ist im Chat. Benni ist, du mir leid. Benni TV ist gerade im Chat, hat F geschrieben. Ja, echt? Ja, ehrlich. Und nun kommen wir zum nächsten Problem. Eure königliche Hoheit. Dort steht es. Dort ist es schon, seht. Höh. Lass dir mal herkommen, bitte. Also wirklich. Lass dir mal zu deinem Mail laufen schnell. Ja, der kommt. Ja, ja, ja. Haha! Ich lag da am Boden. Ja, ich lag da am Boden. Komm doch, Alter. Wie mit links. Ist es hier schon drinne? Ich glaube, ich habe ein Disconnect. Hast du? Ja, ja, ich auch. Ich bin Server-Closed. Ja, ja, der Server-Closed. Ich gehe an! Hier! Ja, warte, dann hat er sich damit. Hier, hier. Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Ich bin full. Okay, let's go. Down. Erstmal haben wir ihn. Erstmal haben wir ihn. Komm, lass er wieder reinkommen. Lass er wieder reinkommen. Warte, warte, warte. Er weiß genau, was ihm blüht jetzt. Ja, mach. Uh. Okay, Cyclone, okay. Er weiß genau, was ihm blüht. Das hat er gerade im Vorgeschmack bekommen. Mach du als erstes. Ich mach als erstes. Alter, er hat mir recht mal im Vorgeschmack bekommen, was jetzt blüht. Ich schenk zu, sie reportet genau vor dich. Ich bin doch nicht full. Okay, sie sind am Laufen auch schneller als ich. Das ist merkwürdig. Hey, Clure ist wieder auf, K. Clure ist wieder auf, K. Was wartest du denn? Ich hab jetzt schon mehr als du. Ich bin... Ich hab Sekunde ein. Ich hab jetzt schon mehr Recover Speed als du. Oh, Herr Henker. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch eine ältere Person sehe als Christus. Das ist mein Cousin Hans, der Hässliche. Der ist da schon? Ja, ja. Diamond Crusher. Ja, warte. Ja, ich war ganz. Und spannend, ganz schon. Ja, wie schmeckt dir das hin? Ja. Wenn der Leute gerade uns reingedumpft hat, hat er sicherlich nicht damit gerechnet, komplett gelöscht zu werden. Der dachte sich auch gerade hättet. Der Buch weiß gar nicht, was ist das Hacker? Das selbstlose Opfer hab ich schon gebracht, Armano. Ich habe mich schon fast geopfert für das Dorf, aber alles, was sich Gutes gemacht hat, glaubt man, vergisst man hier. Ich erzähl einmal eine böse Gruselgeschichte am Lagerfeuer. Ja, verurteilt man mich. Rette die Insel? Mehrmals? Das ist egal. Oh! Hey, hier. Entschuldigung. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Ja, hab ich zu spät gesehen. Du hast vor allem Dauer-Wortfindungsstörung während dem Mario Kart, oder? Ja, das hab ich sowieso. Ach, das ist doch hier wieder eine absolute Frechheit. Wie viele Roten kriegen? Oh, da werde ich noch. Hey, das ist innerhalb von 5 Sekunden 5 Minuten. Ja! Ja! Wir sletten den da hin, okay? Ja, das geht nicht, wir sletten den da hin, wir sletten den zum Wasser. Okay, komm! Jetzt? Oh! Ja! Wer macht? Du machst nochmal. Okay. Jetzt machst du, jetzt machst du! Oh mein Gott! Einfach kurz in die richtige Richtung, das muss schon reichen, das muss reichen. Ich leide nicht. Habt ihr nichts besseres zu tun, als hier so untätig rumzusitzen? Haben sie nichts besseres zu tun, als hier so untätige Fragen zu stellen? Wie sprechen sie bitte mit einer Artigen? Ist das nicht so, wer hier vor ihnen steht? Ich seh die in deiner Hand. Nein! Kann mir nicht alles merken. Wer nicht aufpasst, wird geschoben! Das muss aber auch mit, die Voice sein muss auch mit, der zu geben. Okay, nochmal, Rematch. Rematch, Rematch, Rematch. Noch haben wir nicht verloren. Naja, wir geben denen jetzt einfach nochmal einen Slap. Der kommt nicht an sein Maid! Der kommt da nicht hin! Oh! Oh, Diamond, Shit! Doch kein Rematch! Der kommt nicht an sein Maid! Stell dich dann direkt an den Ausgang. Ich spring ab. Dann musst du direkt rausgehen, damit du den Luke gespawnt, weißt du? Ja. Ja, ja. Mach mal fertig da. Warte, ich mach kurz noch ne Spritze. Ja, ja. Nein, nein, nein. Wenn ich abspringe, musst du raus direkt, ne? Mach dich bereit. Warte, 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 warte. Mach dich bereit. Ich kann nicht warten. Ich muss jetzt abspringen. Okay, und los! Und raus! Okay, ich geh raus, ich geh raus! Warte! Und los, los, los! Ich bin raus, ich bin raus! Ich bin hier am Campen. Schön, Jen! Ich baite dich! Ich baite, ich baite rein! Ja, danke, Dano! Schön! Oh nein, ich bin gestorben! Juuuuh! Jaaa! 25er Killstreak! Wir haben doch gestorben, oder? Ich habe 17, 17. Oh mein Gott, Dano hat ein Sixpack! Ja, das ist der. Ja, der Charakter auch, ne? Ey, ich hab so gute... Ja, aber guck dir, guck dir das an, guck dir das an! Das ist der Backstab! Ich übernehm. Oh, lol! Ich hab den nach oben gekickt und du hast ihn gegrabbt, oder was? Alter, okay, das war ziemlich geil. Wex, du hast gerade im Restaurant deinen nicht vorhandenen Bizeps gezeigt und du bist gegen mich gelaufen und wärst fast gestorben. Ja, das schieb wir also ein bisschen mehr an, hier? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Je habil kann mich fatt genahnt. J X. Lass ihn mal leben! Lass ihn mal sein Mate aufheben! Der hat nur noch zwei Sekunden. Den machen wir mit Hähnchen fertig. Der wird beworfen. Das war wichtig. Das war so ein persönliches Ding. Tod, die beiden? Das waren die beiden vom Anfang, ne? Noch drei andere Teams? Er macht den Teufelsdreh aus von den Kickers. Guck mal hier. Er hat den Ball. Oh Gott, wann wird er schießen? Ich musste auch noch mal werfen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Die Prinzessin springen gleich. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Die Prinzessin springen. Oh, die Prinzessin ist am Tor. Wir brauchen mehr Gemüse. Oh mein Gott. Ja, einer hat mich gepackt. Kann sein, dass ich sterbe. Kann sein, dass ich sterbe. Kann sein, dass ich sterbe. Nee. Ja, aber ich werde jetzt sterben. Der Typ wollte unbedingt seine Ulti auf mir machen. Damit sind wir beide tot. Ja, ich bin auch tot. Er hat über alle Bretter gezogen, die er konnte, um sich Ulti auf mir zu kriegen. Oh, schön gemacht. Oh ja. Oh mein Gott. Was ein Comeback. Jawoll. Das ist Arceus schon wieder. Ist der auch am Stream snipen? Ja. Ist der doch nicht ins Wasser geholt? Er ist einer von denen anscheinend, die versuchen... Die kommen nicht. Äh. Doch. Hab einen. Dauer nach rechts. Äh, ich... Kann das machen eigentlich. Der ist nicht down, oder? Ja. Da ist der Ding, der... Das war nicht hier, halt. Ich hab' keine Lust aus mehr jetzt noch. Nein, nein. Achso, achso, achso. Mach, 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 mach! Mach, mach, mach! Mach, 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 mach! Mach, 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 mach! Herr, schreien, alter. Nein! Selber schuld! Selber schuld! Wie kann der denn auf dir drei kommen? So ein verdammtes Karma! Franzi, was bist du? Ich bin die ganze Zeit fertig. Nee, das sag ich jetzt nicht. Ich war mir so unsicher, ob du mich verarschst, aber du hast... Nee, hat er da...